Und wir schauen ein zweites Mal Richtung Nahost. Der Hamas-Chef Sinwar wurde getötet. Bei einem ganz normalen Einsatz in Rafah seien die Truppen wohl auf drei Terroristen gestoßen. Man habe dann erst nach deren Tötung festgestellt, dass einer von ihnen tatsächlich dann Sinwar gewesen sei. Er gilt als der Initiator des Überfalls Israels vor einem Jahr. Nun gibt es dann die leise Hoffnung, dass die restlichen Hamas sich dann doch bereitwilliger dazu erklären, die Geiseln eventuell freizulassen.